Namaste, herzlich willkommen. Mein Name ist Remo Rittiner. Ich möchte dir einige wichtige Übungen zeigen aus der Yoga-Therapie für bestimmte Beschwerden. Schön, dass du gekommen bist, Alissa. Sie macht gerade die Yoga-Ausbildung bei mir. Hast du im Moment bestimmte Beschwerden? Ich habe hier ganz starke Beschwerden seit zwei, drei Tagen. Die lassen mich los. Diese Beschwerden hier in diesem Iliosacralbereich sind sehr verbreitet. Man sieht das viel bei vielen Leuten. Wo ich dann immer gleich schaue, ob da ein Beckenschießstand ist. Wenn man jetzt bei ihr hinschaut, kannst du dich mal nach vorne beugen. Wenn ich jetzt da das messe, ich habe so ein Messgerät, wenn man das so misst. Auf der Seite, da sieht man jetzt, dass sie eine Skoliose hat von 5 Grad. Das heisst, der Rücken geht etwas nach rechts, eine skoliotische Veränderung in der Wirbelsäule. Und durch das hat sie hier natürlich eine Überbelastung, eine chronische. Durch das können sich diese Beschwerden dann bilden im Laufe der Zeit. Kannst du mal hochkommen? Gut. Dann zeige ich dir eine Übung, die du machen kannst. Kannst du mal auf den Stuhl gehen, einen Fuß nach vorne. Genau. Und dann nach vorne beugen, dass du etwas nach vorne kommst. Ich werde jetzt den unteren Rücken in die Länge ziehen und werde dabei sehen, welche Übung hilft. Jetzt, wenn ich da mit meinem Messgerät nachmesse, sehe ich, dass hier der Rücken von der rechten Seite in die Mitte gekommen ist. Durch das hat sie eine wunderschöne Streckung. Richte hier noch das Becken. Jetzt einatmen kannst du hochkommen, den Brustkorb heben, den Brustkorb öffnen. Es ist wichtig, dass du den Brustraum öffnest. Und ausatmen, nach unten kommen. Genau. Und hier die Länge. Der Rücken wird in die Länge gezogen. Und einatmen, kommt sie wieder hoch. Öffnet den Brustkorb. Brustkorb öffnen, sehr schön. Und ausatmen. Wieder nach unten. So, wenn sie diese Übung jetzt einigmal wiederholt, wird das ihre Wirbelsäule ausgleichen. Und dann kannst du langsam dann wieder hochkommen. Langsam ins Stehen kommen. Die nächste Übung ist sehr gut, um dieses Iliasokral-Gelenk und das Becken etwas mobilisieren. Und die einseitige Belastung zu reduzieren. Mit dem Einatmen kannst du mit dem Becken so nach vorne bewegen. Einatmen. Brustkorb öffnen. Und ausatmen. Wieder zurück. Ausatmen. Rund werden in der Wirbelsäule. Und einatmen. Hochkommen. Und lächeln. Und ausatmen. Wieder zurück. Genau. Und einatmen. Tief mit der Atmung. Genau. Dann wieder hoch. Das einige Male. Wie fühlt sich das an im Rücken? Sehr flexibel. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Angenehm. Lösend. Das wiederholst du dann einige Male. Zum das Entspannen und Mobilisieren. Gut. Dann die nächste Übung. Kommst du mit der rechten Hand. Du bleibst in der Position an die Hüfte. Und einatmend die Hüfte nach innen notieren. Die Wirbelsäule verlängern. Und ausatmen. Wieder zurück in die Ausgangsposition. Einatmen. Wieder die Hüfte nach vorne. Die Hüfte kommt nach vorne. Und ausatmen. Wieder zurück. Gut. Einatmen. Die Hüfte so nach vorne bewegen. Und ausatmen. So zurück bewegen. Wunderschön. Jetzt mobilisieren wir auch die Hüfte in der Innennotation. Das Becken. Den unteren Rücken. Fühlt sich das angenehm an? Sehr angenehm. Geschmeidig. Ich habe das Gefühl, die Schmerzen sind weg. Gut. Und dann einfach etwa acht bis zehn Mal wiederholen. Gut. Und dann kannst du mal ins Stehen kommen. Und dich so nach vorne beugen. So nach vorne beugen. Genau. Und dann schaue ich mal. Ich kann das auch jetzt nachmessen. Obwohl wir ganz wenig Übungen gemacht haben. Hat sich jetzt die Kurve ausgeglichen. Also da ist wenig Kurve jetzt. Ist auch im Moment sogar auf null Grad. Der Unterrücken ist mehr in der Balance. Man sieht das auf dem Becken. Und dann kannst du langsam hochkommen. Da gibt es noch ein paar andere Übungen. Also Inesokralgelenk lösen. Das Becken lösen. Und asymmetrisch. Und dann sollten deine Beschwerden besser werden. Ich werde dir noch ein paar Übungen dann zeigen. Danke, Vera. Herzlich willkommen. Silke. Hallo. Du warst mal ein paar Tagen bei mir. Wegen den Knien haben wir noch geschaut. Und da habe ich hier schon ein Yoga-Therapie-Programm zusammengestellt. Jetzt möchte ich euch eine Übung zeigen, die ich ihr unterrichtet habe, um das Knie zu stabilisieren. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du Rechtsbeschwerden gehabt. Das haben wir angeschaut. Die Übungen hast du gemacht. Gut. Dann kannst du dich in Vira Badrassana in eine klassische Yoga-Übung stellen. Jetzt wichtig ist die Ausrichtung im Knie. Dass sie diesen 90 Grad Winkel einhält. Und da eben auch achtet. Fussstabilität. Den Zehn noch etwas nach innen bringt. Genau. Den Fuss gut gleichmäßig belastet. Das Knie beugt in diesem Winkel. Das Becken aufrichtet. Kopf hebt. Genau. Wir werden jetzt an dieser Achse arbeiten, dass du da genau in dieser Achse bleibst. Jetzt kannst du ausatmend dich nach vorne beugen, in die Stellung hinein. Gut. Und jetzt kannst du dein Bein etwas dehnen noch mehr. Kopf will etwas sinken. Gut. Bei der nächsten Einatmung das Knie beugen. Brustkopf etwas heben. Brustkopf etwas heben. Genau. Und ausatmend das Bein wieder in die Dehnung bringen. Die Hemstrings dehnen hier. Und einatmen wieder in die Kräftigung. Und aus. Fühlt sich das gut an? Sehr gut. Ja. Da lösen wir einerseits die Verkürzung in der Beinrückseite. Und andererseits übt sie den Fuss gleichmäßig zu belasten. Fussmuskulatur zu kräftigen. Und mit solchen Stabilisierungsübungen können wir sehr gut die Kniegesundheit beeinflussen. Und dann kannst du langsam die Stellung hochkommen und die Arme sinken. Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du die Übung weiterhin machst und deine Schmerzen sich bald verbessern. Danke dir. Danke. Herzlich willkommen, Monika. Schön, dass du auch noch kommst. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du im Moment irgendwelche Verspannungen oder Beschwerden? Ja, so mit dem oberen Rücken. Mit dem oberen Rücken. Ja. Gut, kannst du dich mal nach vorne beugen? Und einfach so eine Vorfolge nehmen, so mit den Füssen so hüftbreit. Ah. Zuerst mal schaue ich mal. Gut, ich schaue jetzt mal, ob ich das sehen kann. Also ich sehe das jetzt auch von bloßem Auge, dass es hier höher ist. Ich kann das aber auch mit einem skoliose Meter nachmessen. Und da sieht man eine Kurve nach rechts von etwa 6 Grad. Also der Rücken hat hier eine leichte Kurve. Durch das ist das hier anders. Sieht man wahrscheinlich sogar auf dem Bild. Und durch das gibt sich ungleiche muskuläre Belastung und auch ein bisschen Verspannung in diesem Wirbelsäulenbereich. Das ist eine sehr gute Übung, die ich öfters unterrichte. Das rechte Bein nach vorne. Genau. Und dann mit beiden Händen auf die Stuhllehne. Jetzt geht es auch wieder um die Ausrichtung des Beckens. Sieht auch hier gerade. Und hier diese Streckung der Wirbelsäule. Jetzt kommt die Wirbelsäule in die Mitte. Speziell jetzt für den oberen Rücken dann das Knie beugen. Und jetzt einatmend hochkommen, den Brustkorb heben. Der Nacken bleibt lang. Und ausatmend vorbeugen. Und hier in die Länge ziehen. Genau. Und wieder hochkommen, einatmen. Das löst jetzt genau diesen Bereich. Mobilisiert auch die Wirbelsäule im oberen Rücken. Und kräftigt natürlich auch die Muskeln hier in den Rückenstrecken. Mit solchen einfachen Übungen kann man Kurven wirkungsvoll korrigieren, die dann auch bleiben. Und Beschwerden lösen, verringern. Und ausatmend wieder runtergehen. Sehr schön. Und einatmend hoch. Gut. Dann kannst du mal in stehen kommen. Dich vorbeugen. Ausatmen und runtergehen. Genau. Jetzt werde ich da mal nachmessen. Und im Moment hat sich das schon verbessert. Bei ihr ist es jetzt noch 2 Grad. Also von 5 Grad hat sich das schon sehr verbessert. Und dann kannst du langsam hochkommen. Genau. Also diese Übung würde ich dir sehr empfehlen. In meinem Yoga Therapie Buch hat es viele tolle Übungen, auch für Skoliose im oberen Rücken. Und wenn du die machst, dann wird es mit der Zeit besser. Es braucht ein bisschen Zeit, damit sich dein Körper wieder umstellt. Aber asymmetrische Übungen sind sehr wichtig für dich. Danke. Auch viel Erfolg beim Üben. Ja, danke. Ja, das waren kurze Ausschnitte aus meiner Praxis in der Yoga Therapie. Mit ganz einfachen Übungen kann man sehr viel positiv verändern. In meinem Buch, das große Yoga Therapie Buch, schreibe ich viel über diese Themen, auch über die Anatomie. Wenn du Interesse hast, kannst du gerne nachlesen im Buch. Und wenn du noch mehr Interesse hast, würde ich mich freuen, in einer meiner Ausbildung dich kennenzulernen. Ich mache Yoga Therapie Ausbildungen in der Schweiz, in Deutschland oder vielleicht bist du sogar von Österreich. Hat mich gefreut, euch etwas vorzustellen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Namaste.